1995 war ein hochbewegtes Jahr für Hochfranken. Eine Idee setzte sich in Bewegung und sollte schon in naher Zukunft zu einem festen Begriff werden. Seitdem nahm und nimmt diese Idee einen kontinuierlichen Aufstieg. Rückblende. Diplom-Ingenieur Rainer Dendörfer sieht Marktchancen und geht einer Vision entgegen. Und seine Familie schwenkt darauf ein und geht mit. Die Vision heißt BD Sensors und ist die Umsetzung von Spitzentechnologien der Druckmesssensorik, verlässlichen Arbeitsplätzen und der Sicherheit und dem vorteilhaften Gefüge eines Familienunternehmens. BD Sensors ist ein Bekenntnis zur Heimat, zur Spitzentechnologie am Standort Hochfranken. Aus diesem Geist führt der Weg zum Aufstieg und zum fürsorglichen Verständnis von Unternehmertum. Wo immer es gilt, industrielle Prozesse voranzubringen, überzeugen wir auf den Gebieten Überwachen, Steuern, Regeln. Auf nahezu allen Feldern ist BD Sensors auf dem weltweiten Markt der Wegbereiter und Impulsgeber für Fortschritt und Bewegung in der Druckmesstechnik. Was wir nicht lösen, löst kein anderer, ist die gewachsene Überzeugung Rainer Dendorfers. Von Beginn an entwickelten und präzisierten wir zur Serienreife. Aber eines haben wir uns von Anfang an auf die Fahne geschrieben. Keine Experimente. Das sind wir uns, unseren Kunden und unseren Mitarbeitern schuldig. Ertrag steht vor Umsatz. Wertschöpfung vor Spekulation. Und unsere Unabhängigkeit über allem. Nur so ist Erfolg planbar und fördert das Bekenntnis zum Wir. Kontinuierliches Wachstum, Jahr um Jahr, ist der Lohn für all die Umsicht. Was 1995 mit fünf Mitarbeitern begann, brachte schon wenige Jahre später ein Technologiezentrum am Heimatstandort Tierstein hervor. Keine Branche, keine Anforderung, der man sich hier nicht mit Erfolg stellt. 2008 ein weiteres Glanzlicht. Deutschlands schönstes Firmenrestaurant und Schulungsstätte in einem. Das BD Forum. Ruhe, Erholung, Austausch, Genuss. Unsere mittlerweile rund 100 Mitarbeiter sind uns das wert. BD Sensors ist auch ihr Verdienst. Mittlerweile wird BD Sensors von der Schwesterfirma in Tschechien sowie drei Niederlassungen im Ausland flankiert. Der Markt ist turbulent, aber die Verteilung klarer Zuständigkeiten innerhalb unserer Unternehmensgruppe garantiert eine solide Ausrichtung auf internationalem Parkett. Die Zukunft im Blick behält BD Sensors über die kluge Entscheidung für ein richtungsweisendes Kompetenzzentrum mit den Schwerpunkten Kalibrie- und Prüftechnik sowie Sondergerätebau. Eines der jüngsten Kinder von BD Sensors und doch schon einer Tradition verpflichtet, Lösungen bieten und dem Kunden gleichzeitig den Mehrwert schaffen. Sein Fortschritt liegt in unserer Absicht. Es ist das Familiäre, das uns trägt. Der Erfolg, den wir durch verantwortliches Handeln und Entscheiden suchen und das Engagement eines jeden einzelnen BD Sensors Mitarbeiters. Wir bieten jungen Eltern Homeoffice-Arbeitsplätze und helfen beim Finden eines Kindergartenplatzes. Gerne übernimmt BD Sensors auch die Kindergartenbeiträge und die Zahlung von Fahrtkosten für Mitarbeiter. Allen Mitarbeitern stehen Angebote zu regelmäßigen hochqualifizierten Inhouse-Schulungen offen. Darüber hinaus stellt sich BD Sensors auch einer weiteren gesellschaftlichen Verantwortung und bietet betriebliche Altersvorsorge bis hin zu Gewinnausschüttungen. Und weil uns die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter am Herzen liegen, sind wir auch gemeinsam sportiv. Und um die Mittagszeit begegnen wir uns in Deutschlands schönstem Firmenrestaurant, unserem BD Forum. So ist das eben, wenn man Familie hat. Was einst im engsten Kreis entstand, ist zum sympathischen Erfolgsmodell geworden. Und unsere Familie ist mit unserem Erfolg gewachsen und größer geworden. Sie heißt BD Sensors. Und eine gute Zeit. Und die Kindergarten sind in der Lage, die Oberfläche der Oberfläche, die Oberfläche, die Oberfläche, angebung für gebetenbart werden. Vielen Dank.